So Leute, willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bad Wars, in der der Tobi einfach mal pssssss macht. Ja, weil es doch gerade runtergelaufen ist. Und, ähm, schön. Haha, grün läuft ja dir. Ja, die Rostzwiebel, die röstet gerade alle Teams. Schwittigst die in den Tod. Ey, Moby Dick ist nun online. Ja, ich nicht. Ja, leider. Ich glaub, das war der größte Fehler meines Lebens. Du kannst den ganz schlecht remove'n, du Idiot. Ich weiß. Ey, aber guck der nicht sogar unsere Videos? Ja. Oh, hi Moby. Nein, das sind nicht ernst gemeiner. Aber nicht jedes. Bitte tu mir nichts, nicht hauen! Nicht überrollen! Nein! Ey Flo, du musst, ich hab keine Wege mehr. Ey Flo, du musst, ich hab keine Wege mehr. Tobi! Tschüss! Oh, okay, du musst. Ey, stopp! Stopp! Ja, okay, spielen wir richtig. Okay. I'm ready to do this. Flo, da ist ein Gäber! Oh, Mann, Alter, ich bin so behindert. Hä, Alter, will ihr mich verarschen, der Gelbe? Der rennt einfach... Flo! Der ist ein Opfer, der ist tot! Ich bin zurückgerannt. Ja, dann kauf den Bogen, du Hure! Hey, wo ist denn der Leid? Ja, sehr schön, Tobi! Hol den Army Skin! Ach, hier! Alter, nächstes Todes! Danke, 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 Felix, danke, dass du mich schön zugebaut hast. Alter! Oh, das ist gleich wieder ab, zu veranderen, ne? Alter, shit, ich bin tot! Okay, cool. Ich sehe eh keinen Tragen, nur weil du schwul bist. Hä, 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 hä. Also, Leute, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, die müsst ihr euch reinziehen. Das war die lustigste Folge. Ja, nein, nein, die letzte Folge, da wurden einfach österreichische Begriffe erklärt. Also, wer Lust hat mal wirklich... Ey, da ist ein Gelber, Leute! Yo, wer Lust hat wirklich mal auf einen... Äh, Leute, der baut sich hoch, ne? Ist kein Ding. Wer Lust hat mal wirklich auf einen sinnvollen Sprachkurs in Österreichisch... Der ist auf dem Boden, der ist auf dem Boden! Der ist mit Bett, der ist mit Bett! Der hat's! Loll, der ist beim Bett! Hol' ich zum Bett, der hol's! Nein! Er darf's nicht holen! Zum Bett, zum Bett! Der schafft ihn nicht mehr! Snipe ihn runter, snipe ihn runter! Der ist unten, der ist unten! Ne, der ist oben, hä? Der ist zu dumm, der weiß nicht, an welcher Stelle man runter muss, sehr gut! Okay, ich bin runter, wo ist der? Äh, der ist... wo ist der? Gute Frage! Ist er runtergefallen? Der ist oben drauf! Ja, dann hol' ich ihn! Wir sind zu dritt... Einer ist getötet! Da, der ist da! Einer muss sich hören! Ich baue mich hoch! Der war einfach, bleibt da unten! Ja, wir sind zu zweit hier unten, Tobi! Bau' dich hoch! Und... nein! Einer... Ja! Er ist tot! Er ist tot! Und jetzt einer aufpassen, dass keine neue kommen! Und jetzt müssen wir einen Gegenangriff starten, Leute! Zumindest ich starte jetzt einen! Ja, sofort! Warte, warte! Hier, Tobi, die Bronze! Dann lass' deine Wichsriffel von der Bronze! Wer hat hier diesen hässlichen Klotz in den Weg von der Möde zurückgesetzt? Jetzt... bohrt sich wieder einer hoch? Nee! Oh, Mann! Ey, Leute! Einer muss die hässlichen Wege hier oben abbauen! Das ist eine Einladung für andere Spieler! Hä, ich will rushen! Hey, Tobi, wo ist dein Bogen hin? Ich hätte keinen Bogen! Nein, wer... fährst du denn noch einen Bogen? Hier ist der gelbe! Okay, der ist tot! Ähm, hier kommt noch ein blauer, aber da ich ja zu gelb will, ist alles gechillt! Oh! Oh! Alter, der erste Spieler, der mich einfach mal gehen lässt zum anderen Team! Tobi, Premiere! Was los? Ich glaub, er hat dich nur nicht getroffen! Nee, der hat mich wirklich gehen lassen! Ey, was machen wir mit Blau? Ähm, ich brauch einen bei... Die haben einen Bogen, okay, das wusste ich nicht! Wer hat einen Bogen? Gelb! Ich, äh, hab mich grad bei den hoch gebaut, so wie die es bei uns getan haben! Jedoch wurde ich dabei aufgehalten von einem Schützen mit Bogen! Da hat der Villager cool genickt! Den Bogen! Vorsicht! Okay, das war halt... Dreckiger Brau-Spammer! Oh! Flo, pass auf, ne? Soll ich dich absichern hier eben kurz? Äh, sind wir rot? Ach, wir sind rot! Ich hab auf unsere geschossen! Mann, Alter, was ist mit uns los? Oh, sehr gut! Oh, sehr gut! Oh, sehr gut! Ja, deswegen! Hä, wer baut sich da oben zu grün? Wie, oben? Lol! Ja, gut, ne? Dann brauch ich mich halt nicht mehr zu bauen! Du Affenkopf! Hä, dann hol ich den! Ich, ich, ich will den töten! Hä, dumm oder so! Oh, da ist der Gelbe, der ist runtergefallen! Nee, ich hab wieder runtergefallen! Menno! Hey, wir müssen auf blau aufpassen, dass die nicht zu uns durchrennen! Du, moi! Dann pass mal ein bisschen auf! Ha! Hier ist es sauer! Oh, ne! Alter! Hey, wir müssen auf blau aufpassen, dass die nicht zu uns durchrennen! Oh, ich bin tot! Wo ist der Grüne? Der Grüne ist ein Skiller, der hat sich versteckt! Auf so, auf dieser Map! Ha! Oh, ich kann die nicht mehr treffen! Hallo, krieg ich mal bitte einen? Danke! Ja! Ja! Doch! Nein, was machst du denn, du? Wir sind an unserer Waste! Sifranow! Hast du... Okay, nein, hast du nicht gut! Ja, das ist Warpawler! Du darfst ja nicht rausgehen! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Wichtig! Leute, guck mal in die Kiste, da hab ich ein bisschen Sachen verringert! Ich könnte übrigens bessere Rüstung gebrauchen! Ja, blau kommt einer! Kriegst du? Ja, ja! Locker easy! Oh, ja, kein Ding! Ease! Gedreckt! Flo! Wie, wie macht man das? Ähm, dass die Bronze direkt in das Inventär des Villagers geht? Shift! Nee, das geht nicht! Doch! Nee! Bei mir schon! Ernsthaft? Jo! Bei mir nicht! Ah, nee, ich helfe dir mal, ne? Das stimmt gar nicht! Das geht gar nicht! Haha! Nee, aber ich... Wenn du die nicht gesnackt hast! Ey, ich brauch noch 5... Hä? Ich bin noch gar nicht in der Nähe gewesen! Ja, Silvach! Noch 4 Eisen! Weh, der hat nen Bogen! Weh! Scheiße, er hat einen! Auch man, dieses Spiel ist so gemein! Felix! Man, das Spiel ist so gemein! Er hat nen Bogen! Warum haben hier so viele Leute im Bogen? Wer hat das hier zugebaut? Ja, das Spiel ist richtig scheiße! Ey, mach wieder zu! Wir dürfen nicht verstört werden! Jürgen, seid ihr dumm! Ja, was machen die? Ja, die haben den Eisenspanner komplett eingebaut! Das war Felix, wir haben da eine Wand gebaut! Oder Felix! Ja, richtig! Und jetzt baut ihr ab! Jürgen, Spaß! Wollen wir zu... Wie soll man mit euch zusammen... Ja, soweit ich noch ein Eis... Nein! Nein! Wie? Wie soll man mit euch zusammen eine vernünftige Runde spielen können? Ja? Ey, ich hab volles... Nein! Nein! Erklärt mir's! Äh... Gar nicht! Oh ja! Oh ja! Blau ist in der Mitte, blau hat nen Bogen! Nein, ich bin... Ich komm gerade aus der Mitte raus! Aber mit... Gold! Ja, Tobi am Arsch! Hey, ich hab äh... Das hättest du ja auch nur in deinen kühlsten Träumen so vorgestellt, ne? Hallo, ich hab Bogen und Eisenschwert, was willst du? Hä? Hab ich auch, du Idiot! Was willst du? Hä? Was willst du? Ich geb ihm die dickste Kombi, die er je hatte mit meinem Stock! Nicht falsch verstehen! Schon geschehen! Schon geschehen! Deine Sorge! Ich hab ein Gold! Du musst mich decken! Aua! Ja! Ne, da hat er sich... Ich hab doch teiltes Green gekommen! Oh ja! Iron! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Scheiß Tee und T-Shirt! Ey Flo, pass auf! Machen wir das so, dass wir beide jetzt blau kaputt machen? Mit unserem Volli... Explodiert scheiß Tee und T-Shirt! Ich komm und rette dich, mein Flo, wie! Lass den Gelben doch laufen, der bringt sich eh um! Ach so, das ist gar nicht Torben! Ne, bin ich nicht! Ich spar grad noch auf der Chestplate! Weil wenn ich... Tschüss Felix! Wenn ich einen Bogen hab, will ich das auch gut... HAH! Sagt doch einer, dass ein Gelber von hinten kommt! Ich... Jaaaa! Warte! Ah! Junge Bogen! Eisen schläft! Beste Chestplate! Keiner sagt das! Ey Torben, gib mir mal schnell Eisen! Ich hab hier Gold! Dann kann ich mir einen Bogen kaufen! Ja, ich brauche auch... Ey! Ich brauche ein Eisen für die beste Chestplate! Dann bin ich weg! Eisen? Gelber! Gold hol! Gold hol! Sieh, das hab ich doch gedacht, dann bin ich weg! Es geht rein! Wie viel Gold hast du, Tobi? Dann kriegst du dich noch... Ja, warte eben noch mal! Ah ne, dann geht nicht! So! Oh, Trader! Hey, mich begleitet grad ein Gelber! Sag mal hier einer, komm! Hahaha! Ich hab' noch weinhalb nebenrunter gewusst! Hahaha! Weißt du, du sagst das einen Moment bevor der in die Base eintritt? Ja! Hahaha! Hier ist halt noch so ein Gäber, der mich die ganze Zeit begleitet! Vielleicht sollte man ihn töten! Das ist aber jetzt so ne Spekulation! Also reine Spekulation! Ja, Torben wartet doch eben auf mich! Attacke! Äh, Tobi, ich hab' keine Rüstung! Ich hab' keine Schwerter, ich hab' gar nichts! Doch, du hast ein Eisenschwert! Absolut Lüge! Und du hast auch keine Rüstung! Äh, doch hab' ich! Jaja, ne Chessplate! Mehr nicht! Ne, jetzt hab' ich gleich auch äh... Flo, da ist ein Bogen für dich in der Kiste! Mit Pfeil! Ja! Sag' danke! Danke! Scheiße, ich würde ihn eigentlich rechtzeitig noch abgreifen! Hey, du hast doch einen! Ja und? Ist doch noch einen gegönnt! Einfach damit Flory gehenkrieg! Okay, komm mit! Let's do this! Da kommt ein Gelber! Kein Ding! Für Bow Spam LP HD! Ja gut! Oh! Ist das Joby? Oh scheiße! Tobi werden beschossen! Beil dich! Bau die Treppe! Von rechts werden wir beschossen! Schütze! Nein, der Felix schießt nur auf uns! Hä? Auf wen schießt der? Ich glaub er hat in den Himmel... Da oben! Da oben ist einer! Ist das einer von uns? Ist das der Severanov? Ja! Das ist der Severanov wer sonst... Was zur Hölle macht der da? Ja, komm Torben! Ich dachte wir gehen jetzt... Achso! Ja sicher! Können wir mal haben! Warte, lass mich vorher noch ein gewagtes... Bin bei grün aber egal! Ne, das ist ne Düge so... Oh, die haben auch nen Bogen! Okay, ich hab' das T-Shirt mal runter... Hö, wirst du... Hö! Felix! Warte, vorsichtig! Das Team T-Shirt hat Hack drin! Das hat Fly Hack! Ohne Witz! Aua! Auch die Blöcke! Alter! Wie spammen die denn hier einfach nur das... Wir kommen gar nicht erst auf die... Sogenannte Treppe! So Tor, ich bin bei dir! Ich brauch' auf der anderen Seite ne kleine Base! Wir sind Team Rot, okay! Geht ihr grad zu blau? Ja klar! Geht ihr grad zu blau? Okay! Hier! Einer muss noch auf Gelb rosen! Einer muss noch auf Gelb rosen! Tobi, du hast sie irgendwie grad voll! Einer muss noch auf Gelb rosen! Einer muss noch auf Gelb rosen! Einer muss noch auf Gelb rosen! er wird auf er hier bleibt in der Mitte auf die Schmerzen Flory Kilder die Schaaf Flur verzieht Tobi verzieht das springt alles in die Luft ja warum bist du bei grün grünes Tod so war noch das ist hier bewusst na ja vielleicht will er sich da äh was will er sich da äh du bist da oben nein wer ist da oben ist das Felix nein Felix nein nein einer ist bei grün der schießt nach uns das ist der Traum komm her wir bauen die Base hier neu auf wer ist bei rot wer ist bei uns ganz oben wer ist bei uns ich schwimme jetzt hoch das ist Felix da bin ich mir zu 100 Prozent sicher ich habe ein Falle Quip runter geschossen Severanov ist das eh das eh nein das ist Severanov und Felix ist bei grün so ist es 100 Prozent ist Severanov ja das ist Severanov zu 400 Prozent er wird nicht alle Moby Dick fragt mich ob wir den in die Party anladen nein nur ein paar Prozent Antwort ihm einfach nicht abgehoben hat Hahahaha Hörger 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 ja die kommen hier nicht zu uns die haben kein Flyhex ey sag aber Ranoff doch ich schwimme jetzt zu dir hoch ich würde mich nicht so nah an den Rand stellen nun tipp ja das weiß ich wollte sie eigentlich runter bauen hat aber nicht funktioniert weil die Flyhex haben lol es stirbt einfach der mit dem Bogen der nervt ganz schön habe ja der ist weg bist du da gerade runter gesprungen ja ich sehe du kannst übrigens mit mir sprechen ja ich sehe es sind alle da und an die der eine da noch der hat noch ich schieße ja sag mal wenn einer kommt der hat sich jetzt einer vorgestellt der ohne körper ist ein bisschen traurig da kommt meiner aber den schieße ich ab was beim lp okay jetzt haben wir nichts mehr wir müssen nur pass auf tobi da ist noch einer tatsächlich mit dem clip der kommt nicht ja 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 weil ich damit gerechnet habe dass du es mehr weißt also das ist doch ich jetzt ist eisenschwert und Bogen weg ja dann beide ich hinzukommen ich brauche ich habe jetzt selbst die spitze vergessen weil ich in die mitte gehe um gold zu holen wir brauchen da einen ohne ich habe zu wenig blöcke ich will einfach ein ohne equip der das bett abbaut du musst das übernehmen ich ich nehme noch ein paar t-shirt mit richtig die werden dir dabei helfen einfach alle abzulenken weil ich ne tobi brauche hilf ja wer war doch zu spack hoch hatte dich angezündet ne das felix das ja felix ist das hatte dich angezündet ja felix zündet hier leute an felix felix ich habe blau übrigens wenn ich werde ich werde ich werde ich werde selber ran auf und dings schreiben sich die ganze zeit und eckenpläne aus halte ich musste da so viel feuer löschen das ist nicht mehr feierlich so tobi so lob ich mir das weiß warum nicht von anfang an so ja ne entschuldigung meister torben richtig wer mich jetzt übrigens nicht mehr meister torben nennt der krieg auf die fresse ne torben nicht torben ja nein du hättest sagen müssen meister torben ist ein spasti ey ist severanov gemutet severanov ich hab den gemutet ob der gemutet ja sehr gut weil der labert die ganze zeit achso was labert der denn äh torben sting torben ist der schlechteste von uns das stimmt nicht doch nein der sagt gar nichts doch nein doch das ist die meinung der community severanov ist stellvertretend für alle ne severanov ja floh du bist hässlich ja oh ok ok schön dass es ein siehst hier ist eine trap die habe ich jetzt einfach mal für mich ausgelöst warum ist die trap so nahe an der base da baut sich schon jeder hoch die muss weiter weg kauf noch eine severanov und baue hier direkt ja ich schneide nichts was gelb anbogen aber ich auch ich könnte mir sogar den gönnen aber gut was brauchst du hier für ein müll nicht mal felix oh gott ich zieh mich zurück weil felix dich an gelber runter gebaut oh mein gott du bist so gut wie der eiskalt der felix runter ergebot hat und wir haben es gar nicht gelten zu wissen wie die Geräte da kommen wir so müssen zu überleben dr wenn sie wieder hochflöte machte keine Panik wenn einer da oben ist der feste schafft sie wieder wenn man wieder runter bei der jungen der ist auch lustig vorzubereiten oder ich würde jetzt gerade Gold dafür aber mir fehlt eins nein ich habe übrig für dich hier du kannst du sogar einen Eisenschwert kaufen ach so okay ne das Eisenschwert kann Felix ich hab das weiß ich also ich kauf mir nicht den schlechtesten Bogen ne Felix ich verstehe ich war das nicht, das war ein Unfall ja dann kannst du den zweitbesten gönnen und ein Eisenschwert du musst mir vertrauen ne Eisenschwert nicht das könntest du ohne oder glaube ich meinen Berechnungen zuvor du weißt es nicht ach so ja stimmt ja ja du hast erstmal recht ey komm mal Felix wird frech ey Leute ich hab das Gefühl wir müssen Felix mal kicken Felix wird frech du warst ein Unfall aber boah recht hat er recht ne ja eben das stimmt so to wait oh alter weißt du alter ohne Witz Hacks ich komm gerade mit meinem besten Bogen und schon ja die Spam guck die Spam direkt durch ja lasse doch ja ich hab leider kein Bock zu sterben kennst du dieses Gefühl ja dann bring mir 4 Gold dann hau ich die alle weg ähm ja das Problem ist da kenn ich nichts na sehr wahrer noch so einer Tobi einer tot Nimm du ey ihr sollte echt meiner Leiter landen aber trotzdem danke einer tot ach Felix warum sammelst du denn wieder Gold hast du irgendwie deine Items verloren Tobi kannst komm ich hab einen down und der andere hat aufgegeben weil ich dir mit einem Schuss mit meinem Traumbogen abgegeben hab Florian weiter renn weiter nein nicht ja ich komm nicht zu euch ne ich hab keine Blöcke geh weg geh weg komm wir müssen uns beiden sehr gut bauch bitte ne Treppe sehr schön ok ein Hitter da zwei Hitter da ist tot ok los die haben keine Bögen mehr äh wo willst du hin äh Florian du baust dich nein hochbauen hochbauen Junge hoch zum nächsten Mal Jesters bozbeam okay wir haben keine Bögen mehr das heißt hochbauen lphd Felix hör auf ich hab dich nicht runtergebaut Felix Felix der Tom war das oh gut er hört auf ja genau du schmerzt oh das hat super funktioniert vielen Dank an deinen Leitung das war gar nicht ich das war genau der gelbe dieser hustadt kinder richtig das kann er überzeugen nach wenn er nichts sagt heißt das ja er sagt nichts und er ist auch nicht aufkau oder so der tut nur so das ist wirklich nicht aufkau ist ja eigentlich schon ganz ziemlich easy getrackt ne moby dick will support der möchte abnehmen dazu müsst ihr wissen auf unserem ts gibt es einen support channel in dem er gerade anscheinend drin ist wenn ihr auch mal diesen geilen ts austesten wollt dazu solltet ihr jonas hohl kennen ich kenne ihn schön dass du genau den vor und nachnamen sagst das ist der nachnamen das ist nicht der nachname dann ist gut jetzt verrecke das war wieder eine richtig 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 die runde also wirklich aber es war eine schöne 20 minütige runde wenn es euch gefallen lasst den pushen da wir sind wenn ich so in der haut rein und tschau